da einfach gar kein großes theater dann ist der nämlich erledigt sehr schön okay jetzt brauchen aber noch das letzte silo damit man hier weiter können da ist es wunderbar wunderbar wunderprächtig würde ich sagen wunderprächtig ein scheiß wetter wieder und dann müsste es eigentlich erledigt sein ist erledigt gut gehen wir gleich mal auf karte wir können quest abgeben aber bevor wir das machen gehen wir mal noch hier runter oder besser gesagt hierhin zu diesen fragezeiten und da unten wäre man das auch nur freischalten hier so ja da lang geht's schön schön geht ein bisschen schneller mit fertig geht es doch ein bisschen schneller so und was haben wir da eine höhe könnte das versteck eines die das sein könnte das versteck eines ein ist bestimmt kein reisender er muss in der nähe war ein ziemlich erfolgreicher eine diebes höhe werden wir doch mal gucken und man die noch ein bisschen besser untersuchen kann da ist das alphatier immer eigentlich mal versuchen das zu zähmen ich habe keine pfeile mehr dann kriegst du doch einfach mal ein tritt oder warten wir mal bis sie es aufgeladen hat hallo ok so tot ein erst ich wollte ihn jetzt nicht töten aber ist halt passiert so wir gehen darunter zum aussichtspunkt und dann haben wir mal wieder neue schnellreise freigeschaltet jela jela das sind wir ja schon virus ausblick naja ok synchronisiere mama so ok gut naja wisst du was wir machen jetzt das hier fertig dürfte nicht wie was ist das für eine ach es ist nur so eine neuer macht blatt ich hole dich gleich von deinem pferd und doch okay was haben wir denn hier wir passen die wachen sicher gut auf um oder amokern immer hallo neuer Erledigt. Naja, mach mal ohne Schleichen. Oh mein. Ja, ja, ja. Hau mal auf mit dem Scheiß. Na, auf weg mit dir. Schön. Okay, wir müssen die antike Tafel finden. Äh, ja. Da ist auf jeden Fall mal der Schatz. Und da ist die Tafel. Sehr schön. Das sollten wir mal natürlich auch noch alles mit hier. So. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir reisen zurück und geben die zwei Quester ab. Und jetzt sind wir hier auf der Insel eigentlich fertig. Da hätten wir noch einen Soldat. Aber mein Gott. Ist egal. Wir reisen zurück. So, wo ist, wo sind die Kollegen? Einmal hier. Äh, da lang. Oh, Entschuldigung. Ich habe alles erledigt. Deine Familie ist frei. Ich danke dir vielmals, Krieger der Artemis. Du bist dieses Bogens würdig. Möge die Welt von deinen Taten erfahren. Ich werde mein Bestes tun. Naja, so toll ist der Bogens jetzt auch nicht, was du mir da gegeben hast. Okay, dann haben wir noch eine Quest zum Abgeben. Das ist die hier. Und wenn wir das. gemacht haben. Machen wir ein kurzes Päuschen. Und dann geht's weiter. Deine Söhne sind wohlbehalten zurückgekehrt. Und die Banditen werden euch nie wieder belästigen. Der Hof gehört euch, sofern ihr ihn wollt. Gepriesen sei Athena. Meine Söhne sind unversehrt. Vielen Dank, Söldner. Gern geschehen. So, jetzt schauen wir mal schnell auf Karte. Okay. Hier sind wir eigentlich fertig. Das hier müssen wir ja noch. Die zweite auf Paros. Die zweite Vision zeigt, leder die auf Paros mit einer Hexe trank. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier auf Chios. Und wir müssen auf Paros. 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 Also gut. Ist da was? Wir machen hier eine Schnellreise hin nach Paros. Die Insel ist ja eigentlich auch soweit erledigt. Und da brauchen wir hier nur mal hin. Wein für das Schwein machen. Ja, und das ist für Barnabas. Also gut. Dann los geht's. Bootsleute. Schön. Also wie gesagt, wir machen hier jetzt ein kurzes Päuschen. und sind in 5 Minuten oder vielleicht ein bisschen länger wieder. Sind wir gleich wieder da. Also nicht weglaufen. Bis gleich. Und weiter geht's. Wir sind auf Athenas Wacht und machen die Quest für Barnabas weiter. Und ich würde fast vorschlagen, wir holen unser Schiff und springen mal darunter. Zum Glück ist da unten ja ein Heu-Ball. Sonst hätte man sicher auch vielleicht weh gemacht oder so. Können wir uns da vielleicht ein kleines Boot ausleihen? Dann brauche ich mir nicht das große. Dann müsste ich mir nicht mehr ein. Komm, wir leihen uns das aus. Dann brauche ich nichts große holen. So, komm. Rückwärts. Ach. So, und jetzt rückwärtsgang. Oh, naja. Ja, ja. Du wirst sowohl da rückwärts ausgepeikt bekommen. Ob. So, und dann roh. Ja, Alexis ist eigentlich ein größeres Schiff gewohnt, aber naja. Jetzt gehen wir mal da hin. Und schauen uns das mal an. Na, was ist denn hier los? Oh, das sind Kultisten? Kultisten? Oder sowas. Irgendwas mit Kultisten. Haben sie? Hallo. So geht's ja wohl nicht hier. Das sind doch Masken, was die Kultisten anrahmen können. Das ist ja ein Empfang hier. So, was ist denn das hier überhaupt? Ist eine Höhle. Die haben wir aber schon erledigt. Da brauchen wir nicht rein. In der Nähe ist ein verfolgt... ein nicht verfolgtes Ziel. Ich muss mit ihr sprechen. Na dann, machen wir das mal. So, und... auf geht's. Die nehmen wir natürlich mit hier. Diese Schweine sehen hungrig aus. Was macht die da? Was machst du mit dem Schwein? Naja. Willkommen in meinem Reich, Reisender. Ich bin seine Herrscherin, Kirke von den Okeaniden. Du lebst hier? Die hat Dreck am Mund. Du musst nach deiner langen Reise müde sein. Im Laderaum gibt es etwas Wein, die du für uns holen könntest. Ich bin derzeit ein wenig unfässlich. Äh... Okay. Ich könnte einschlafen. Wir gehen das Spiel mal ein. Bringe ich hier den Wein hin? Naja gut. Wir wollen hier ein bisschen was erfahren. Dann gehen wir mal da hin. Es ist... Da schweben die... Nein. Ich tue einfach mal so, als ob ich es nicht gesehen habe. Ist ja klar, dass das sich ein Löwe rumtreibt. Okay. Auf dem Spielzeug sind Zahnabdrücke. Gut, das will ich mal schauen. Ja gut, wir gehen zurück. Ist erledigt hier. Wir haben irgendwas entdeckt, aber was? Schauen wir mal. Gucken wir mal, was diese Hexe darf. Geht da durch. Danke. Was die Hexe da von uns möchte. Du siehst herrlich dürstig aus. Ähm. Ja komm, wir gehen das Spiel ein. Na schön, Herrscherin. Trinken wir. So ist es recht. Trinke deinen letzten Schluck. Atme ein letztes Mal. Meine Untertanen... Äh, oh. Hät man wohl nicht tun dürfen. Naja. Schauen wir mal. Alexios hat sich da immer raus... Oha. Immer irgendwie rausgewundert. Wo bin ich? Oh Gott, was für eine Sauerei. Nein. Ich will dir jetzt nichts tun. Oha. So. Hallo? Egal. Das lag jetzt so blöd in der Wand rum, dass wir es nicht sehen konnten. Gut. Äh. Alkaios Grab. Müssen wir mal gucken, dass wir... Was ist hier drin? Warum sind wir jetzt hier drin? Okay. Kirke. Da bist du eindeutig zu weit gegangen. Hm. Wir werden... Wenn ich jetzt den Weg hier raus finde... Ach, da war die Stähle. Okay. Machen wir mal ein bisschen Licht hier. Ja, wir haben hier drin schon alles geplündert. Das muss man bloß den Weg hier raus finden. Ach, das gemein, ey. Hörst du mal auf mich zu beißen? Und was ist hier? Hier ist zu. Okay.